... 70 Kilogramm stehen sich gegenüber Fabian Henke in der Rote Decke vom ABC Hansberg und in der Blanodecke Daniel Schock, Dortmund Dorsen. Vielen Dank. Rund 2, Runde 1. 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 Rund 3, Runde 1. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017